Penisse so und hier war es jetzt so ein chinesischen Tempel nein aus Wolle nein unter einer Rolle ist ja witzig weil der Weg voll dazu passen Pest und wenn der Weg seine ich komme noch Straßenlager dieser Weg wird der Leitere leichter sein dieser Weg ist steinig und schwer Eure ich sehe schon H.H. H.H. hat auch noch höher Junge Halle, Halle, Halle. Darf ich mal reden? das liegt ja noch höher Alter, wie hoch ist das denn bitte? da bin ich jetzt hoch mal kampf aber ich auch ganz oben aber dann wird es schwerer mit der Treppe Hör auf, oh du Hurensohn ich sollte mich glaub ich verpissen Nae, da oben ist scheiße, das ist zu hoch also scheiße wie Silo ist aber Wolfrey ist doch geil warte mal, wie kann ich denn da hoch? so jetzt geht ihr in der WCF-Files du nur durchkommen mehr Scheißdorf das ist das neue FFx sind so aufwendet wir wollen bei der FFx-Files und der FFx-Files ich habe noch auf FFx-Files deine Mutter die Lassung Hurenbocken Schwerblasen ja auch immer mehr aus der Kau Rausleck Rios aus der Eintracht verstanden E.O H haupt ich sehe was geil wäre aber nein haupt so eine Art Fernbedienung für Redstone meine Mutter wäre auch immer immer ist geil aber ich glaube schein ich bin oder auch scheiße nach Magie Alter aber nicht ich mache Maggi alter ich werde es sich er wie alle meine er Eisenspitze hatten er hat die Idee und 2 und alle anderen verlorener so ist er hat und jetzt ist so ich gehe jetzt in der Niederfestung das sind mein Geheim versteckt ja er ist erst einmal wie Werder weiß man mal ich muss eben so erledigt das kenne genau Prozent Denkmal zurück an Prozent Star Wars Teil 3 einfach mal so eine Festung in so einer Lava Höllen Welt ja ich will ja das ist toll so ich werde ja Niklas jetzt killen einfach nur aus Protest ja bestimmt viel Spaß du darfst meine ganzen Items dann hier Niklas es ist ein Knopf am Stein die auf den Berg verstreut werden die du dann wieder aufsammeln darfst mach sehr ist doch geil was ist mit dem Knopf am Stein ja der ist geil nein mit dem Knopf also es ist ein Knopf am Stein angebracht wenn du diesen Stein findest und den Knopf drückst wirst du automatisch runtergefahren in mein Geheimversteck achso höchst moderne Technologie hat er da am Start ja das ist richtig aber ich finde keine Niederwarzen ich bräuchte Niederwarzen 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 höre auf mich nicht töten bitte ohne Scheiß jetzt sehr richtig unnötig eben ich fühlte mich schon fast selber siehste und wir lassen wir einfach Marcel Marcel er bildet aus Lasses und Marcel Lars er hat er befiegt und das was nicht hier ist mir hier ja ich habe es noch voll wir haben müssen er hat 2 er hat mein Flugsimulator spielen dein Flugsimulator ist geil weißt du weil der über meine Registrein angemeldet ist ja was ne ja spielt doch bei ihr habt doch ich jetzt stehe euch da im Wege oder wieso weil du mir zocken sollst wird zu dritt ist viel geiler ähm lass mich kurz überlegen nein aber wenigstens ein Flugsjungen uh jetzt hat das Spiel verlassen Guck mal aber, guck mal, äh Niklas ist zwiegespalten Hä was ist daran so schlimm wenn wir eine Runde fliegen du die Aufnahme kurz abbrichst und dir danach sofort weitermachen haha kurz ist gut warum einmal von Feben nach Hamburg jaha ist ja gut na denn ok warte tschüss bis zum nächsten mal äh beziehungsweise bis gleichlau so, damit haben wir herzlich willkommen hier zurück und Marcel ist tot ja Marcel ist zwischen gestorben, der hatte keine Lust mehr jetzt sind wir gerade eben eine Runde geflogen ja Niklas hat ein Looping gemacht oder sowas ähnliches ja ich habe ein Looping gemacht schon mal mit einer 737 sogar mit Einstellung auf realistisch ohne dass wir die Tragwächen abgebrochen sind wo ja ich will jetzt hier fucking Netawarzen nicht nochmal in die Hölle ich will jetzt was auch hin, bleib direkt da ja deine Mutter halt bleib einfach da halt, blöd 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 leu nein bleib einfach da nein bleib einfach da seit wann können Netawarzen spawnen einfach so äh seitdem sie cool sind und seitdem das Bug fixen immer mehr vernachlässigt wird ein Hochaufmojan hier stehen voll viele ein Hochaufmojan ein Hochaufmojan seid cool ja vielleicht haben die das nur eingeführt kann sein, das weiß ich auf jeden Fall stehen hier äh über 30 ja es ist ein Bug, weil Netawarzen wachsen nicht einfach nur aus Souls denn dann werden sie ja überall, das wäre ja ein bisschen scheiße ja, keine Ahnung ja, keine Ahnung ich werde 32 Meter, äh, hier komischten Sand da abbauen ja, ich hab grad so Lecks ja, ich hab grad so Lecks vor allem war das nicht so das hat eigentlich in den Laden wohl noch nie geleckt ja, keine Ahnung, vielleicht ja, keine Ahnung Alter, VGF, warte aber ich hab tatsächlich ein Geheimversteck mit Redstone sag ich bloß niemals, wo das ist will ich dir auch hoffen und ich will das nicht wissen ach so, du bist ja oben am Bauen, ne? ja, ich werde mein Haus auf dem Haus auf dem ganzen Berg verteilen ja, ich werde mein Haus auf dem ganzen Berg verteilen so, da ein Stück, da ein Stück und da eine kleine Ecke mal schauen, was ich hier gibt das heißt das heißt, ja, ok also, wie ich jedenfalls schon was hier reinkommen soll 3, 4, 5, 6, 7, 8 das ist gut, dass ich das weiß, dass du nicht, äh, hier bist, weil sonst würde ich jetzt die ganze Zeit geschifftet laufen du, ich hab auch kein Interesse an deinem Geheimversteck das heißt, am Ende ist das für Bauen, ja, natürlich müllig weiter und so ja, du, ich weiß ja nicht, ob ich irgendwann Folge 1700 erreichen oder so 1000, 1000, 1100.2 oder so'n Scheiß genau, irgendwann machen wir einfach nur noch, Komma 9 so wie Grand mit seiner tausendsten Folge so in etwa weil wir bei 10.000 ne, weil wir nach 1,5 Milliarden einfach nicht mehr genug Platz in der äh, in der Titelbox haben ne, es gibt einfach keine Buchstabenkombination oder Zeichenkombinationen die möglich sind um, äh, also in einer bestimmten Titellänge um einen Videonamen zu machen ja, genau ab 36 oder so zum Schluss und dann gibt's einfach keine, keine Buchstabenkombinationen mehr ja, genau das meine ich ja, genau das meine ich ich müsste mal irgendwie einen Knopf bauen, dass ich auch wieder reinkomme, ohne dass ich gleich außen rumlaufen muss hm ich hab kein Glas, aber ich bräuchte welches ich brauche auch Glas man muss irgendjemand mal Sand farm gehen ich brauche auch nicht so viel was, deswegen werde ich auch nicht für dich weil ich brauche echt nicht viel Sand deswegen hoffe ich verzeihst du mir, wenn ich jetzt nicht für dich mit Farme weil ich halt nicht mal Farme, sondern eigentlich nur 6 Sand hole oh, eine weltbekannte Russin hat mir gerade geschrieben da muss ich gleich erstmal drauf gucken weltbekannte Russin die hat mir letztens so einen Zahlenbrief geschickt und da war eine Zahl hätte ich ihr, äh, die Neuen geschickt denn hätte ich sie beim nächsten Mal, wenn ich sie gesehen hätte mir zugeküssen müssen ja hätte ich witzig gefunden ja, sowas findest du immer witzig ich weiß ja oh, dann bin ich mit dir zu sagen ja, ja, so ist das ach ja würde ich persönlich nicht so feiern ich glaube ich auch nicht also nichts gegen sie ich kann es mir nicht vorstellen ich kann es mir einfach nicht vorstellen ne, ich glaube auch nicht ich muss erstmal wachsen, Alter ganz ehrlich ich hasse es ich hasse es für eine Freundin größer als ich selber du weißt du, ich mache eine Tanzschule ja meine Tanzpartnerin ist zwar kleiner als ich aber mit Schuhen ist langsam schon echt an der Grenze also da sind wir fast gleich groß, wenn sie hochhackige Schuhe an hat ja, aber wenn ihr gleich groß seid ist das immer noch besser als wenn du 10 cm kleiner bist da haben wir welche und vor allem wenn du äh wenn man nahm die Kette eh keiner Linus der ist 10 cm kleiner als seine Partnerin ja, das ist auch wieder egal weil das nicht seine äh mit der ist ja nicht zusammen, oder? nö, ist trotzdem scheiße ja, aber dann tanzen ok aber sieht nicht so häufig aus wie wenn bei dir wenn du bei irgend so einem Lilliputana auf dem Schoß sitzt, Alter wenn irgend so ein Riesenweiber so ein Lilliputana sagt, Alter ja so ein etwa yo ja, yo, der ist klein, geil yo, yo, der ist klein, geil du bist so außergewöhnlich? du bist so außergewöhnlich, dumm, ne? du bist so außergewöhnlich, du bist so dumm, ne? du bist so außergewöhnlich, du bist so dumm, ne? ja, ja, so stelle ich mich dir als Frau vor du schmier dich, die kleine Eichel, yo, yo, du sao und ich habe sogar noch einen Notfallplan sehe ich hier gerade zum Notfallplan ja, wenn nämlich einer, der es versteckt irgendwann findet, dann nehme ich nämlich nur wird es alle eine Sache weg es ist als wäre ein CB so wie die Hero, Alter, so das übelste Verrat- und Tödprojekt, Alter nö, aber wenn es so weit ist, dann seht ihr mich nie wieder weil ich habe hier ein Bett und alles dann seht ihr mich nie wieder ja, so ist das NEIN boah, ich könnte echt Huren ficken gerade hilft ja jetzt gerade richtig, ey das hilft ja auch haarig ich weiß, noch ist es nicht das übelste Verrat-Projekt und so aber wenn es so weit ist, ich bin gerüstet jetzt muss ich mal meine News checken ach, deine News muss er, ach, seine News muss er checken, liebe Leute seine News hier hmmm, aber ich schließe mir dann mal eben Facebook, das geht mir langsam auf den Sack mit den Geräuschen oh, die ganzen Geräusche, die meinen mich als außenseite total wutig hmmm, du siehst zu uns so, ich hab keine Schwarzeiche mehr, aber ich brauch' unbedingt mehr davon und ich brauch' mehr davon, wenn ich das rede... ja, ich brauch' mehr davon ... und wenn das richtig sehe, dann ist die nächste Schwarzeiche wieder da, wo ich voll mit der und der Lohrenbahn kommt also werde ich mal Prozent er genauer als er ist die Lohrenbahn verwenden aber er ist so gut vor dem Springer Prozent zu soer war aber vorne als da bei Marcel Dreckskopf wo ist eigentlich ein Alter keine Ahnung wo er hin ist Lore setzen weil ich weiß auch eigentlich diese Redstone Scheine braucht man gar nicht man kann ja inzwischen mit W nach vorne fahren kann man ja klar das wusste ich noch nicht du kannst mit W fahren weißt du nicht mehr das ganze Kult ja sparen können du kannst mit W fahren aber nicht so Junge bittere Erkenntnis ich weiß nicht ob man so schnell fahren kann aber man kann auf jeden Fall ohne W fahren mit W fahren da braucht man keine Power Rails mehr aber Power Rails sind schneller ja ich habe bestimmt sechs Stunden alleine nur für Goldfarmen gebraucht das ist irgendwie Witter gerade sagt nicht du das ist jetzt da kriege ich echt Fußnagelhuren können Pilze Fußnagelhuren können Pilze ja ja genau so Mann ich habe gerade diese typischen Lags irgendwie du baust einen Block auf und der kommt wieder oh das ist schlecht es geht mir gerade extrem auf den Sack ich weiß auch nicht warum es bei mir so leckt ach du scheiße ich brauche oh gott ne Moment 1000 lol ok ich glaube ich hätte das gleiche gerade auch alle die